Im Wald ist es Graue. Da ist etwas Graues. Wo ist die Nade? Das ist ein Baum, oder? Das sieht aus wie etwas Graues. Und die Nade ist es schwierig mit dem Hund spazieren zu laufen am Sonntag, oder? Nein, es geht. Sie ist heute drauf. Ja. Aber so muss ich sie wieder in die Spur bringen. Aber ich finde, man kann gar nicht so richtig laufen. Wenn man ständig stehen bleibt, weil ich Spuren suchen muss. Und die ist ja schlimmer als der BND. Die ist ja dauernd aus Spuren suchen. Und sie muss auch Spuren absetzen. Jetzt ist sie wieder dabei. Ja. Wir laufen jetzt gerade auch im Wald, so neben den Wildbalken lang. Es ist ja eigentlich ein schöner Wald, wenn nicht so viele Leute rumlaufen. Am Sonntag ist das ja grauenvoll, was da für Leute spazieren laufen im Wald. Da gibt es ja mehr Menschen wie Tiere. Und wenn man die Käfer dazu zählt, übertreffen die Menschen noch nicht. Da sind ja Tiere unterwegs ohne Ente. Da, wenn man jetzt runter geht, also sieht man jetzt gar nicht, wo wir auch so sind. Da geht es zum Schießhaus, glaube ich. Nein, nein. Nicht? Aber es geht runter und dann drüben wieder hoch. Ja. Also, man könnte noch da hinkommen. Ja. Das müssen wir mal kurz ausmachen. Die Leute. Das ist so gut. Kommt, bitte zu unter anden! Das müssen wir ja mal kurz vor. Bist du ja mal kurz vor! Ja.